Die Wirtschaft brummt, die Auftragsbücher sind voll, die Unternehmen im Land haben alle Hände voll zu tun. Gut so. Aber haben Sie nicht auch schon mal daran gedacht, dass dies vielleicht nicht immer so weitergeht? Die Digitalisierung zwingt nicht nur die großen Firmen zum Handeln. Auch Sie, die kleinen und mittelständischen Firmen, ob lokaler Bäcker oder Schreiner, ob Einzelhändler oder Maschinenfabrikant, müssen sich auf die vernetzte Welt einstellen. Nehmen Sie sich wenige Stunden oder vielleicht auch mal einen Tag Zeit, innovative Technologien oder neue Geschäftsmodelle im Pop-up-Labor Baden-Württemberg kostenlos kennenzulernen. Die Innovationswerkstatt der Landesregierung kommt zu Ihnen vor Ort, weil wir wissen, wie wertvoll Ihre Zeit ist. Es gibt Kurse und Vorträge. Start-ups präsentieren Ihre Ideen und suchen Partner. Wir planen Ideenwettbewerb und stellen neue Technologien vor, die Sie nicht nur anschauen, sondern direkt nutzen können. Kurzum, im Rahmen von modernsten Workshops haben Sie die Gelegenheit mitzumachen, sich zu vernetzen, neu zu denken, zu testen und zu gestalten. Sie, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind der Motor unserer Wirtschaft. Daher hören wir Ihnen gerne zu. Haben Sie Ideen, die Sie gerne im Pop-up-Labor Baden-Württemberg behandeln möchten? Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Besuchen Sie doch gleich unsere Website.